In diesem Video zeige ich euch, wie ihr diese süßen Glücksschweinchen nähen könnt. Und so könnten sie aussehen. Ihr benötigt Filzstoff oder Bastelfilzplatten, Stärke zwischen 1-3 mm, Reststoffe, Stecknadeln, Füllwatte, Schablonen, die gibt's auf meinem Blog, Stoffschere, Bleistift, Draht und Paketschnur. Ihr legt euch den Filzstoff doppelt und zeichnet euch die Schablone ab. Danach mit einer Stecknadel fixieren, dass die Teile nicht verrutschen. Nun die Teile zuschneiden. Anschließend nehmt ihr euch ein Teil, zeichnet einen Strich mittig darauf und schneidet eine kleine Öffnung hinein. So könnt ihr jetzt ganz unterschiedliche Schweinchen erstellen. Abzeichnen, fixieren, zurechtschneiden und Öffnung hineinschneiden. Nun näht ihr die Schweinchen zu. Hierfür wählt ihr euch passendes Garn und einen Stich aus und näht Nähfüßchenbreit einmal außen herum. Das macht ihr mit all euren Teilen. Garnreste abschneiden und fertig. Mit dem Baumwollstoff macht ihr am Anfang das gleiche. Aufzeichnen und mit Stecknadeln feststecken. Danach etwas Rand stehen lassen. Anschließend nehmt ihr euch die Paketschnur und den Draht und schneidet beides zu. Nun den Draht durch die Schnur schieben. Hier braucht ihr etwas Geduld und Fingerspitzengefühl. Falls es nicht klappen sollte, wickelt ihr einfach den Draht um die Schnur herum. Hier habe ich das hintere Stück ohne Draht gelassen, damit ich mehrfach mit der Nähmaschine darüber nähen kann. Auch hier die Stoffteile auf der vorderen Seite zusammennähen. Am hinteren Ende offen lassen und mit Füllwatte befüllen. Nun die Paketschnur befestigen und zunähen. Garnreste abschneiden, den Draht eindrehen und fertig. So könnt ihr jetzt unterschiedliche Größen und Farben variieren. Beim Befüllen der Füllwatte könnt ihr euch den Bleistift noch zur Hilfe nehmen, dann geht das Ganze etwas einfacher. Nun noch schöne Sprüche, Wünsche oder Botschaften darin verstecken oder um euer Schweinchen herumkleben. Die Vorlagen für die Glückssprüche gibt's auf meinem Blog. So schnell habt ihr diese süßen Glücksschweinchen aus Filz oder Stoff genäht. Und nun viel Spaß beim Nachmachen und Verschenken.